Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um eine Challenge und zwar die Alphabet Challenge, die ABC Challenge oder wie man sie auch immer nennen möchte. Ich habe gedacht, das ist mal was ganz anderes als immer so dieses gleiche Produkte vorstellen, zeigen, ausprobieren, First Impression und so weiter. Auf der Liste steht als erstes Augenbrauen und dann wollen wir das mal machen. Ich finde Augenbrauen gehen ja immer noch und zwar als erstes, das machen ja viele als erstes. Ich bin jetzt keiner, der als erstes die Augenbrauen schminkt. Ich bin eher so, als erstes kommt bei mir überwiegend die Foundation, Concealer und so weiter. Ich weiß aber auch, dass viele als erstes mit Lidschatten anfangen. Also wenn ich weiß, dass es ein besonderer Look, wo ich wahrscheinlich viel Lidschatten nehmen werde, dann kommt bei mir auch als erstes der Lidschatten. Aber in der Regel ist bei mir als erstes Foundation angesagt. Ich nehme jetzt von Benefit das Brow Pencil. Ist jetzt nicht das Lieblingsprodukt von mir, weil der hat so eine doch sehr, ja so breite Spitze. Aber er muss oft gebraucht werden. Da habe ich gedacht, nehmen wir den jetzt mal. Nein! Naja. Kann man jetzt zum Glück alles wegwischen noch. Ich glaube, ich habe heute keinen Augenbrauen-Tag. Bei mir gibt es ja so einen Augenbrauen-Tag, einen Eyeliner-Tag, einen Wimpern-Klebe-Tag. Eigentlich ein Gefühl, ein Alles-Tag. Also ein Foundation-Tag, wo die Foundation nicht ordentlich sitzt oder gut aussieht. Ein Tag, wo der Eyeliner geschissen aussieht. Kennt ihr das auch? Dass es solche Tage gibt, wo einfach das oder das halt nicht richtig funktioniert. Oder nicht funktionieren will. Oder alles nicht funktionieren will. Das kenne ich auch. So, ich würde sagen, das ging schon mal ganz gut. Mal ein bisschen meine Haare zur Seite machen. Als nächstes kommt B wie Blush. Da habe ich mir gedacht, ich werde ein Creme Blush benutzen. Ich werde hier so ein Duo Blush benutzen. Das sieht so aus. Das hier auf der einen Seite ist der Creme Blush. Den anderen werde ich, glaube ich, nicht benutzen. Der wird es mir, glaube ich, ein bisschen doll. Obwohl, es kommt ja noch die Foundation drüber. Das vergesse ich jetzt gerade. Also ich versuche jetzt einmal mit diesem Creme Blush. Das ist total komisch, das jetzt ein Blush aufzutragen. Okay. Lässt sich auf jeden Fall sehr schön verteilen. Die Farbe ist schön. Warum habe ich den nicht schon längst mal benutzt? Lässt sich richtig einfach verteilen. Ja gut, ich habe jetzt auch nichts drunter. Ich habe ja auch keine Foundation drunter. Aber da lässt sich echt gut verteilen. Den würde ich gerne mal ausprobieren, wenn ich ein normales Make-up schminke. Oder meine normale Make-up-Routine. Jetzt sehe ich natürlich ganz schön crazy aus mit dem Rot. Ich glaube, die eine Seite ist hier ein bisschen dunkler als die andere Seite, oder? Ich fühle mich gerade wie ein Clown. Ich glaube, ich gebe noch so ein bisschen dieses Glitzer-Zeugs hier drüber. Das Glitzer-Zeug sieht sich auch an, ne? Diesen Glitter-Blush. Aus diesem Duo. Den habe ich jetzt auch noch ein bisschen drüber gegeben. Sieht man da was? Ja, es schimmert. Man sieht auf jeden Fall was. Okay, nach Blush kommt Bronzer. Da wollte ich auch auf jeden Fall ein Creme-Produkt benutzen. Das Einzige, was ich habe, ist von Revolution. Revolution. Ich werde einfach so ein Stippling-Blush nehmen. Ne, nicht Blush. Ein Stippling-Brush werde ich nehmen. Und Bronzer. Und Bronzer. Ne, kommt gerade gar nichts ab. Ah, Nase juckt. Also ich nehme Creme-Produkte, oder ich habe mich für Creme-Produkte entschieden, weil ich denke, dass man die wahrscheinlich eher noch sieht, wenn da die Foundation drüber kommt. Seht ihr überhaupt was in der Kamera aus? Also ich sehe was. Nein. Das ist so komisch. Es sieht total braun aus. Also auf jeden Fall nicht fleckig. Ah, Mann, meine Haare. Kommt ihr jetzt mal da alle zur Seite. Haare. Danke. Es sieht total braun aus. Nein. Ich glaube, das was wird. Hier total rot. Und dann geht es immer braun aus. Das fühlt sich alles so... Das fühlt sich so falsch an. Ja. Ich sehe jetzt merkwürdig aus, habe ich das Gefühl. Oh, nein. Wie habe ich gedacht, dass diese beiden Schritte, die sind ja doch recht einfache Schritte, habe ich gedacht, dass die mir leichter fallen. Aber das sieht so komisch aus. Oh, nein. Sieht einfach falsch aus. Also ich kann da, glaube ich, eh nichts richtig machen oder irgendwas machen, was mir jetzt gerade gefällt. Also dieses kommt Concealer. Ich sehe, wie Concealer. Ich habe mich gerade für so einen sehr deckenden Concealer entschieden. Der ist von... Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Von Mary Kay. Ich mache so eine Tube. Wow, das ist ein Unterschied. Der macht echt... Echt ein krasser Unterschied. Das hätte ich gar nicht so erwartet. Das gebe ich jetzt hier auch mal gleich hier. Ach Gott, ich muss aufpassen. Ich habe meine Augenbrauen schon gemacht. Oh, Mann. Der Concealer ist echt cool. Gibt es den noch zu kaufen? Ich habe den gefühlt schon seit Ewigkeiten, aber der ist echt cool. Der hat ja eine mega starke Deckkraft. Ich habe den schon Ewigkeiten nicht mehr benutzt. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Wow. Wow. Boah, das fühlt sich alles aber so trocken an jetzt. Okay, dann gebe ich hier gerne Concealer hier so zum Highlighten. Ja, sieht gut aus. Nicht. Also, gehighlighted ist meine Stirn auf jeden Fall. Oh Gott, so viel Produkt, ey. Was so... Oh, nein. Ich weiß auch nicht, was ich hier mache. Ich weiß gar nicht, warum... Warum bin ich eigentlich hier? Was mache ich hier eigentlich? Oh mein Gott. Okay. Woher hier aber auch noch wird. Und da. Also, wenn das nicht gut aussieht, dann weiß ich auch nicht. Okay. Ich will weitermachen. Was kommt als nächstes? Foundation kommt. Ja, das ist jetzt... Jetzt kann es nur noch besser werden. Hoffe ich jetzt. Okay. Foundation. Da nehme ich immer neuerdings gerne so ein Mix aus diesen beiden Wet n' Wilds, Nude Ivory und Golden Beige benutze ich da. Die eine ist mir zu hell, die andere ist mir zu dunkel und dazwischen gibt es keine Farbe. Also mische ich die beiden. Und dann nutze ich meinen Beauty Blender, um das in meine Haut einzuarbeiten. Ja, der Ton passt jetzt natürlich perfekt hier. Ich traue mich jetzt auch gar nicht. Ich würde eher erst mal ein bisschen weniger nehmen. Obwohl ich alles weg ist. Wie mache ich das jetzt am besten? Oh mein Gott. Irgendwie habe ich mir die Challenge einfacher vorgestellt. Meine Haut fühlt sich so trocken an jetzt. Hä? Man sieht ja fast gar nichts mehr. Oh nein. Dabei ist das noch nicht mal eine großartig deckende Foundation. Das ist ja eigentlich so leicht deckende Foundation. Sieht man überhaupt noch was in der Kamera? Von meiner, von meinem Bronzing und von meinem Blush. Also jetzt hier, hier sehe ich glaube ich noch ein bisschen was. Aber das war es dann irgendwie auch schon. Meine Haut sieht so schlimm aus. Ich bin das gar nicht gewohnt, so viel Produkt aufzutragen. Ich glaube der, ähm, der Concealer, der war einfach zu dick. Ich bin da eher so, ich mag das nicht so, wenn meine ganzen Poren so richtig vollgesaugt mit Produkt sind. Ich glaube in der Kamera sieht es bestimmt gut aus. Richtig flawless. Was kommt als nächstes? Highlighter. Highlighter. Und so viele flüssige Produkte benutze ich sonst auch überhaupt gar nicht. Aber dadurch, dass jetzt hier alles überhaupt nicht gezettet, ja, dass hier auch gar nichts gezettet ist, werde ich dementsprechend auch einen Highlighter nehmen, der flüssig ist. Das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus, eigentlich. Ich habe den irgendwie schlimmer in Erinnerung gehabt. So glitzrig, aber der ist gar nicht so glitzrig. So, der Highlighter ist on top. Auch wenn ich jetzt hier den, ne, wo war das da? Ich habe den da so ein bisschen versaut. Ja. Da hat sich das schon alles ein bisschen abgetragen. Und man sieht mein Blush wieder durch. Okay, nehmen wir jetzt so hin. Ist sowieso eine Challenge. Nach Highlighter kommt Lidschatten. Ich nehme die von Catrice, die Exotic Fruits Palette. Oder die Addicted to Exotic Fruits Palette. Ich nehme erstmal einen großen Pinsel und sette mit Kokonat. Ich muss es auf den Kopf lesen. Mein Augenlid. Dann nehme ich mir so einen fluffigen Pinsel. Das ist auch von Essence. Also auch aus dieser LE. Und dann nehme ich Papaya, würde ich sagen. Dieser hier. Ihr da auch was aus dieser Addicted to-Reihe mit der Schwester Essence geholt? Habt ihr da irgendwas ergattert? Ich glaube, das gibt es jetzt auch gar nicht mehr zu kaufen. Ich weiß nicht, ob es noch in den Online-Shops was zu kaufen gibt. Das kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Wenn, dann kann ich ja mal unten die ganzen Sachen, wenn ich sie finde unten verlinken, einfach in der Infobox. Ist eine coole Farbe. Die gefällt mir. Papaya. Um es, mein Augenlid hier mal ein bisschen tiefer wirken zu lassen, weil ihr wisst ja, ich habe ja hier richtig dolle Schlupflider. Wenn ich gerade ausgucke, sieht man von meinem Augenlid ja eigentlich gar nichts. Ich nehme mal noch Pomegranate Pomegranate und setze den mal hier drunter. Die eigentliche Lidfalte, die ich ja nicht wirklich habe. So, ich werde mir jetzt eine Cut-Crease gönnen. Darf ich das überhaupt? Weil jetzt eigentlich kein Concealer dran ist, aber Concealer war ja schon. Ich mache das jetzt. Wie ihr seht, meine Cut-Crease ist natürlich um einiges anders, als wenn ihr keine Schlupflider habt. Ich nehme mal Honeyberry. Ja, ich traue mich jetzt einfach mal an Farbe. Ich nehme Honeyberry. Gebt mir das erstmal hier vorne rein. Ich dachte jetzt der die Farbe würde noch ein bisschen mehr rauskommen. Ich versuche es nochmal ein bisschen aufzubauen. Ja, sieht schon schön aus. Und außen gebe ich sie mir auch rein. Ja, Dragon Food. Dieses hier gibt es mir einfach mal so in die Mitte. Wow. Der ist cool. Der ist ja mal richtig cool. Das nenne ich mal Farbe. So, jetzt mache ich mir erstmal die Cut-Crease auf der anderen Seite. Ich finde, es sieht immer auch noch so komisch aus, wenn man die Wimpern noch gar nicht gemacht hat und so. Dann hat das alles immer noch so einen ganz anderen Stil. Ich werde jetzt noch einmal den unteren Bimpernkranz machen. Die bleibt mir jetzt noch ein bisschen Tiefe gefehlt und da habe ich einmal dieses dunkle Blau genommen. Das ist Jamu. Jamu. Und für diesen Innenwinkel benutze ich dann noch Pineapple. Das ist der hier. Pineapple sieht irgendwie wärmer aus, als gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, das ist eher so weißlich, aber es kommt jetzt hier so ein bisschen gelb rüber. und das verbüschte ich jetzt auch noch ein bisschen mit dem, was da drunter liegt. Sieht schon ungewohnt aus. So, Lidschatten ist fertig. Was sagt ihr? Sieht schon irgendwie sehr krass aus, finde ich. Aber ne, wenn hier mein Eyeliner drauf ist und Wimpern, dann sieht das bestimmt noch mal ein bisschen anders aus, aber die Lidschattenpalette ist schon richtig cool. Also, was man da alles rausholen kann. Gut, Lidschatten, ja, Lidschstrich kommt jetzt auch. Bei Lidschstrich nehme ich momentan meinen Lieblings-Eyeliner von 183 Days, den Swing Liner in Schwarz. Damit komme ich mir am besten zurecht. Nein! Eyeliner, in den Haaren, Eyeliner in den Wimpern. Geht das euch auch so immer? Eyeliner, krampskramp in den Wimpern. Es wird mir doch relativ warm. Und schon langsam unter den ganzen Lampen. Ich hab mir extra ein Hoodie angezogen, weil ich dachte, oh, mir ist kalt, ich frühe heute so. Okay, aber wir sind ja schon recht weit. nach Lidschatten, Lidschstrich kommt jetzt der Lippenstift. Also, mein Lieblings-Lippenstift ist momentan der von Revaldiloup aus der Prostik LE. So ein schöner Nude-Lippenstift, wie ihr seht, ich hab den schon ganz oft benutzt. Bei Mascara nämlich meine momentan liebste Mascara und zwar die von Catrice, die Iconista. Ich finde, sie macht so, so wunderschöne Wimpern. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.